so da sind wir hoffentlich wieder auch ein bisschen leckfrei ja okay das letzte mal ein bisschen geruckelt ich weiß auch nicht im moment bin ich auch hart am limit die stelle kenne ich auf jeden fall noch vom original kommt er will jetzt so willst nicht geht so okay das klappt so gar nicht interessant wir können aber mal ich glaube da ist mit diesem mörser na da kommt sie das müsste uns jetzt auch den weg freimachen wunderbar 20 gab es hier noch ein geheimnis irgendwie muss ich da vielleicht krieg ich die tür auch noch aufgesprengt kutsch das klappt nämlich nicht okay dann sprengen wir einfach mal den tank da und da noch eine hin passiert auch nicht viel kutsch man kann ja auch versuchen hier richtig stress zu machen man kann auch mehrmals feiern kutsch das war aber auch schon also schnell feuer geht leider nicht ich versuche erstmal irgendwie wieder in eine kleine umgebung zu kommen vielleicht liegt das da dran dass die framerate so einbricht manual override aber die tür geht auf könnte aber immer weiter kurbeln oder wie jetzt ist feierabend ich habe nur noch zwölf schuss das ist natürlich sehr suboptimal ach du scheiße ach du scheiße ach du was soll das denn rennen weiter durch komm 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 krass man kann da einfach sterben obwohl es nur sequenzen war zwischen sequenzen ist krasse kiste ok ich glaube ich habe das jetzt so verstanden dass die marines und mich jetzt in ruhe lassen na nicht im mülleimer auch medipack und sich aus dem staub machen weil es denn hier drin zu krass wird ne du kommst mit so und ich könnte ja jetzt locker flockig zum lamba lamba boah boah krass ja ein doktor im haus sterb ähm hab ich noch granaten ich hab noch granaten probieren wir damit ja ja für den dicken hab ich nichts mehr da komm jetzt hol ich mir aber noch das medipack danke hat der typ das überlebt ah er hat sogar wirklich überlebt das natürlich schön auch wenn er nicht wirklich hilfreich ist nicht immer wechseln die fliegen wie konfetti durch die gegend also irgendwie die 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 engine hat noch ein paar probleme oder das spiel auf der engine macht ein paar probleme ich habe immer wieder so frame einbrüche abstürze ich weiß nicht wie das bei anderen ist mein pc kommt nicht wirklich drauf klar ja gedrückt richtig ach du scheiße was ist das denn die kaputt kriegen die gehen nach einer zeit einfach so kaputt einfach weg laufen krass nein nein ja 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 gehen wir nicht auf den sack hier andere option so was ok der ist stärker ist er im er ist im aber grummelten hier noch übertrieben kriege ich die denn damit kaputt damit klappt jetzt haupt macht den dicken doch kaputt ok das geht voll in die hose allein weil der mich schon besser trifft nein nicht die gasflaschen ok jetzt ist auch im krasses moped noch hat sie mich nicht gesehen ja ach das vieh ist schon tot super ach du kacke musst du irgendwo noch bisschen nachschub sein da wären noch du hast was dabei ist aber nett von dir na komm her die hole ich mir auch noch mit wo geht es weiter ach ja das ist noch medipack so ich glaube so geht es krass was hier abgegangen sein muss aber hier geht es auch nicht weiter was soll das denn hier ist nichts da komme ich nicht durch der hat auch irgendwie probleme probieren wir es so ne versuch was wert aber nö nein ich will doch nicht da hoch so ach gab ja auch noch auf der anderen seite einen weg also wenn ich hier nicht durchkomme dann gehe ich einfach mal zur anderen seite hab mich natürlich jetzt übelst leben gekostet dieser der weg hier aber machst du nichts dran äh loop nein nicht töten oh der springt da aber schon fein um die ecke kommt da müsste mich immer so flitschen ok da ist nichts mehr ist natürlich geil dass man damit unendlich muni hat da wusste ich gar nicht mehr oh wir sind schon da ich denke mal nicht dass wir den großen eingang nehmen dürfen sondern eher den hintereingang nehmen wie immer ach du kacke ein alarm noch ein alarm und weg ist er aber hier waren auch schon einige marines sonst hätten die nicht die dicken fallen aufgestellt komm west east west noch stolper schon sogar noch über das ding da das auch kaputt noch mal east noch mal west tja wohin gehen wir jetzt oder kommen wir überhaupt irgendwo hin das sieht nicht schlecht aus ich wollte noch mal meinen handschuh kommen ich wollte gerade sagen stört das viele gar nicht oder der ist auch im oder muss ich hier hin ich weiß nicht ist hier wieder so ein fisch drin natürlich ist hier so ein fisch drin und ich sehe den zum verrecken schon nicht ja komm jetzt auch bloß das geht mit der knarre nicht doch es geht aber nur sehr scheiße also hier mit brauchen wir zwei schuss das ist komfortabler tauchen wir nochmal auf und nochmal ab granaten haben wir sogar noch so viele was ist hier muni schrot kugeln ob wir hier wirklich weiter kommen tun wir ja nicht ne das ist da tiefer aus als es eigentlich ist nicht dein ernst krass ja das ist mir aber jetzt irgendwie komplett fremd so solange wir nicht unter wasser sind spare ich mir auch die muni für das ding im tank nochmal den anzug habe ich auch nochmal zeit hier 75 prozent wieder das ist ok na komm er spuckt doch direkt beine und alles aus da komme ich so nicht dran doch aber die als auskotzen hier ich bezweifle irgendwie dass das auch nur annähernd gut geht und ok aus dem wasser komme ich erstmal nicht raus solange das ding da steht oder probieren wir mal hier mit will er nicht will er nicht na komm das ding ist schon kaputt ja optimal für euch wird das da oben die hölle könnte ich sagen ja so geil die knarre ich glaube jetzt haben wir uns sogar schon in den kern geschlichen halt das ist das das ist das